Was ist los? Was willst du von mir? Kann man halt nicht scharf stellen, ja. Mein Sohn, du musst die Tiere des Totenfalls kennenlernen, denn die werden dir helfen, den richtigen Weg zu führen, den Puchs, den istigen Kern, den Vielfraß, deine Ängste, den Bären, dein inneres Essen, Karibumi, das Leben.